So, willkommen zurück zu Herr der Ringe, Schatten von Mordor. Ich hatte mir überlegt, wir werden jetzt erstmal Radbuck den Feigling besiegen, markieren uns hin als Ziel und machen uns dann auf den Weg zu ihm. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Er ist still. Schleicht hier jemanden auf? Hopp. Aufsitze, achso, er hält die Elm geschossen. Okay, komm ich da hoch. Alter, wie hoch kann der springen? Nein, du sollst dich nicht fallen lassen, du sollst nach oben gehen. Na los, ich kletter nach oben. Achso, mit dem End ist okay. Äh, warte mal. Dahin muss ich doch. Was war das für ein Geräusch? Glaubst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Das ist die Überlauverkunft, sei es in so einem hohen Aufgangspunkt. Maruk hat dich entdeckt, etwas Auffälliges untersucht. Das ist die Überlauverkunft, das ist die Überlauverkunft. So, wir haben eine neue Fertigkeit freigeschaltet. Sammeln XP, um Fertigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Löse Machtkämpfe aus, um schnell Macht zu gewinnen, um neue Fertigkeitsstufen freizuschalten. Rücke Letters, um fortzufahren. Achso, Geist, Waldlauf, was haben wir denn hier? Hinrichtung. Hambach. Oh, das klingt auch cool. Und was ist das? Karagon Reiten. Ah, Karagon. Achso, das sind so Viecher zum Reiten. Okay. Oh, okay. Okay. Das war's. So. So, ähm... ...kletterwärts mal hier hoch. Hä? Was war das? Schleicht da jemand umher? Eine Leiche! Der Mörder! Okay. Ähm... Da oben schlechtert manche, wie er schon gesagt hat. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauks zu reiten. Wenn der Graf an das reiten kann, dann können wir es auch! So, den schalten wir jetzt aus. Was ist denn diese Pflanze hier? Was meinst du, wo er trainiert hat? Na, komm hoch! Wir halten auf diesem Grab von Klaubschaum ausschauen! Wenn wir den schön umlegen, können wir alle auf Böller schauen! Ach, sag ich das! Ich will heute nicht sein! So! Jetzt will wir mal die Gs abnehmen. Was soll das Geräte, das wir uns nicht verlassen? Alle? Gehen die Körben auf! Warum kommst du nicht sehr weit, Leifer? Oh, kinder! Ah! Menschen! Du bist wohl neu hier? Lass mich erklären, wie es in Mordor zugeht. Mit meinen Werkzeugen! Wir brauchen Verstärkung! Ergib dich, du Volk! Auf ihm! Ergib dich! Ergib dich! So! Einer ist erledigt! Kampfberecht! Wenn Hauptmann getötet werden, entstehen freie Positionen in Saurons Armeen. Nach einiger Zeit können neue Hauptmänner diese Position besetzen. Ergib dich! Alles? Ich habe das gesehen! Ah! Ihr treibt sich ein Mörder herum! Der Mörder ist schon immer ein Mörderes! Alles gehört? Eine Leiche! Einer von uns! Oh! Ich bin... bin ich tot? Nein! Wenn das Symbol hineindrücke, dann gezeigt hast du und du konnte auszuführen. Wat? Wenn das Symbol mit Maus in alle Richtungen... äh... in einem Kreis hinein und drücke... ...die Angete... ...eine... ...deine... ...und... 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 wasser sicher ist sicher es Okay, wieder einer weniger. So, und wie heile ich mich jetzt? Sei einem Ork behilflich, Waldläufer! Siehst du nicht, dass ich gefesselt bin? Jetzt haben wir uns uns besprochen, gnadenlos die niedrigen Ausbildung gewaltigen Machtkämpfe erkunden mit der Macht des Geistes, wie du diese Machtkämpfe nutzen kannst und durchdringen die schwachen Gemüter, um die Feinde von ihnen herauszuschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Späche strahlt. All diese toten Orks nicht wussten. Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein, 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 nein! War noch Spaß! Oh! Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee! Der Plan stinkt dir ein fauliger Fisch! Doch, Redback kann nicht die Drecks der Orks leeren! Mit Redback kann er gerade gelingen! Hm. Wir finden schon raus, was du weißt. Mal schauen, was er uns sagen kann. Was ist das denn? Goroth Kargoth-Sema. Sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Sie befindet sich hier. Hauptauftrag. Hauptmänner und Würmer geben alle Informationen zielweise, wenn sie verhört werden. Drücke zwei Augen, um Stärke und Schwächen zu enthüllen. Hat eine Schwäche, die du ausnutzen kannst. Seine Furcht vor Kargoth lässt ihn von einem panischen Feigling werden. Wenn du mit einem Kargoth-Horn frontieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichtes Ziel werden. Stärken. Vorsicht, Bobbesitz ist auch Stärken. Er ist immun gegen Fernankampfangriffe. Kann also auf diese Art nicht geschädigt werden. Das ist ein bisschen ein mächtigen, heftiger Angriff, die ihn beschützen. Denk dran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du Testinformationen sammelst. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redneck wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Okay, an der Stelle mache ich den Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.